Schneiderpol schlug neun Schläge und dann 50 und noch 100 für das Hinscheiden des Mannes, der im Grab meiner Eltern gefunden worden war. Im Dorf brodelten die Gerüchte und Lord Peter Wimsey erhielt von Pastor Venables einen dringenden Brief. Bei der Öffnung des Grabes von Lady Thorpe entdeckte unser toten Gräber zu seinem Entsetzen die Leiche eines völlig fremden Mannes, dessen Gesicht entstellt und dessen Hände am Gelenk abgeschnitten waren. Unsere Polizei hier hat sich der Sache angenommen, aber ich persönlich weiß nicht recht, wie ich mich verhalten soll. Meine Frau schlug daher vor, Sie um Ihre Hilfe zu bitten. Na, Bantha, was sagen Sie dazu? Das ist eine interessante Angelegenheit, mein Lord. Allerdings. Ich finde, wir sollten morgen nach Fanchurch St. Paul fahren. Ach, Moment mal. Das ist ja noch ein Nachsatz. Meine Frau bittet mich, nicht unerwähnt zu lassen, dass die Leichenschau am Samstag um zwei Uhr stattfinden wird. Das ist heute.